Bhingyasana ist ein Asana, welches zu den Vorwärtsbeugen und zu den Einbeinstellungen und Gleichgewichtsübungen gehört. Im Stehen beuge ein Knie und fasse mit beiden Händen an den Fuß und halte dabei das gebeugte Knie in der Nähe des gestreckten Knies. Dann beuge dich nach vorne und atme gleichmäßig ein und aus. Wenn es geht, gib das Kinn auf das Schienbein oder auch auf das Knie und spüre dort diese schöne Dehnung. Die Stellung ist eine große Herausforderung für das Gleichgewicht und sie ist gleichzeitig eine fortgeschrittene Vorwärtsbeuge und eine gute Massage für die Bauchorgane.